Kaffee Was ist das denn? Sicherheitsbilder sind verregert. Also jetzt die Triebe auf auf 7 Prozent. Ein Teil gestartet bei 50 Prozent. Okay, dann lass uns mal sehen, was die Maschine so drauf ist. Vollschub auf alle Motoren. Zündung in 3, 2, 1, go! Reisgeister, Intox auf maximale Leistung. Du magst, schauen wir das mal? Ja, genau, irgendwie. Jetzt wollen wir das Rund, irgendwie geht's. Trinny, Trinny! Wir schauen uns ganz, wenn wir nicht´s und oben. Ich bin jetzt schon mal. Warte, deine Sache zu denn, sagst du! Warte, deine Sache zu denn, sagst du! Zündung, warte, warte! Rufen! Warte, warte, warte! Das ist gut! Jaaa! Du heilig! Ich hab hier einen! Ich hab da verantwortlich! Oh, schade! Oh, schade! Ah, da geht noch ein bisschen! Ah, da geht noch ein bisschen! Das machen die wahrscheinlich zu viel! Jaaaa! Jaaaa! Du musst einfach mal dabei sein! Mit Spielen! Oh-oh! Geen weiter! Geen weiter! Es ist ganz einfach hier zu gewinnen! Geen das jetzt einmal raus! Nun sind Sie dabei! Los, los, los! Los, los! 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 Los, los! Los, los! Los, los! Los! Los, los! Los, los! Los! Los, los! So, letzte Runde, Finale. Wir werden zu Piafone. 4 Dollar mit Spur. So schwer ist das nun auch wieder nicht. Kommt in die Nähe und probieren Sie es aus. Sie werden sehen, es macht Spaß. Oh, ist das aufregend. Ein absolut neues Gebäude. Das ist einfach super. Das ist Spitzspit. Das ist einfach super. Bis zum nächsten Mal.